Rotationsverdampfer der HiWab-Serie Intelligenz destillieren Höchste Sicherheit Ein Überhitzen des Heizbades ist kategorisch ausgeschlossen. Das Heizbad schaltet bei Wassermangel und bei 5 Grad Celsius Übertemperatur komplett ab. Gleichzeitig wird der Kolben aus dem Heizbad gefahren. Ein separater Einausschalter für die Heizfunktion verhindert ungewolltes Aufheizen. Die aktive Heizfunktion ist durch die Beleuchtung der Taste eindeutig erkennbar. Das Heizbad verfügt über antirutschbeschichtete Sicherheitsgriffe und einen Ausgießer. Für den sicheren Transport und gefahrloses Entleeren von heißen Flüssigkeiten. Eine Metallverbindung zwischen Heizbad und Verdampfer verhindert ein Abkippen des gefüllten Bades. Bester Bedienkomfort Das abnehmbare Panel ermöglicht eine sichere und bequeme Bedienung außerhalb geschlossener Abzugshauben. Die Badtemperatur von 210 Grad Celsius und die Verwendung von 5-Liter-Kolben als Standard erweitern den Anwendungsbereich. Die Kabelverbindung zum Heizbad erfüllt die hohe Schutzklasse IP67. Korrosion und Kurzschlüsse sind damit ausgeschlossen. Dauerhafte Kostenreduzierung Der abgedichtete Antrieb verhindert Korrosion und der Flansch zur Befestigung des Kühlers aus PPS ist wesentlich chemikalienbeständiger als Edelstahl. Die PTFE-beschichtete Vakuumdichtung reduziert Ersatzteilkosten um bis zu 75%. Sie ist für eine Verwendung von 4 Jahren ausgelegt. Das gleiche gilt für die patentierte Dampfdurchführung mit Klemmhülse. Sie bleibt nicht im Antrieb stecken, verhindert Glasbruch und ist für den jahrelangen Dauereinsatz geeignet. Intelligenz destillieren Heidolf Research made easy